ohje hab ich die ganze arbeit für 2000 mücken gemacht ja so wir müssen noch ein bisschen das jetzt lassen warte mal ich mach das am liebsten so dass ich mal silage von hier hole schön im lager drin erstmal mit silage auffüllen mischfutter heu ne heu nehme ich von hier nicht raus das ist alles für die schafe so dann gehen wir nämlich hier so rein ey wir gehen vorwärts rein kommt und dann beladen wir das mit dem heukron der ist ein bisschen crazy aber es geht ne ich finde das eigentlich cool dass es geschafft hat dass man den nicht einbauen muss weil früher war ja die map auf verbitten drauf glaube ich oder wo war das oder hat er die ne auf verbitten war es ähm da hat er ähm da musste man den crown noch selber einbauen und ähm ja ich finds cool dass er es jetzt die gang ist warte mal wie muss ich denn jetzt hier zum zum im Grunde erdrücken ne hey ich hab immer gedacht ey wieso nimmt er denn das heu nicht aber ne erdrücken so jetzt beladen wir hier ja die steuerung ist echt mies ne die ist echt die ist mies so aufmachen ja 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 mhm mhm reicht alles gut so der muss jetzt raus hier ne mach mal ein bisschen schneller normalerweise macht es flutsch und dann ist das ding unten hier hätte man ein bisschen beschleunigen können das ist einfach viel zu langsam oh satt so machen wir hier den den ding rein hier ne so gehen wir hier rein können wir hier können wir nicht ne müssen wir runter so oh nein ich hab den bug wieder drin da unten läuft es raus aber rechts naja kommt eigentlich fast gar nix raus ne kostet da nix da kostet nix so nochmal raus upsie müssen wir mal gucken wie viele aber da ist schon drin ich meine wir zu quetschen hier ah das ist doch super ich hoffe du oh nein ich muss wieder hoch springen warte mal warte mal warte mal warte mal ich komme so halt mich fest mach mal hier mal so nein mach so nein hier so ja ich lehr das hier wieder aus hier ja ich switche lieber so jetzt müssen wir hier raus wieder weil wir müssen umdrehen weil ich wollte das gerade hier so in geh mal weg du Kuh so ich wollte das nämlich hier ins Lager leeren aber im Prinzip können wir das auch ohne also können wir direkt ich fahr mal hier rückwärts rein ne ist wahrscheinlich schon wäre besser ne aber der kann ja nur auf der einen Seite abkippen hier ich seh nix ich seh nix ich seh nix mein Gott ich bin blind ne es geht es geht guckst du ne es geht nicht ich bin hä spinnst du so komm 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 lass mich da rein komm Kuh geh doch weg da die sind übrigens laufen die überall rum hier den ganzen Stall und laufen überall rein also so gut ist das jetzt auch nicht weil letztes mal sind sie hier hoch gelaufen in den Boden rein gelaufen ne was schwabbelst du da wie läufst du sag mal wie läufst du da ja das sind wieder die Kühe die in Zeitlupe rennen ne ja das muss ja wohl so sein hier ne so der ist voll dann können wir endlich mal hier zum Holzen gehen so da müssen wir ein paar Baumstämme drauf knallen so hoppla also mit den 30 PS kommen wir hier ganz gut weg hier mit dem gut wir müssen eigentlich noch ins Loch runter das Holz weg bringen aber so oh ja wir müssen dann die Baumstämme noch in der Länge sägen das mach ich immer so ein bisschen na nicht cheaten nein das machen wir nicht wow das wollte ich jetzt nicht hab ich blonde Haare? warum hab ich blonde Haare? das ist was ganz Neues wo sind denn meine grauen Haare? so ich fahr immer so hin mach mal ein bisschen komm dann hier so ähm und dann säbeln wir die einfach so in der Länge ne ja das sollte reichen hier ist doch alles gut ja hier geht nein nein nicht 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 mach nüch 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 so sehr schön die erste Führer haben wir schon hopse 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 hoppa hoppa äh nicht nicht übertreiben mit der Länge ja ist woanders lang genug nein ich sage nix nein hab ich nicht gesagt so warte mal hier wieso machst du denn hier sowas? wo ist er denn? ja wo ist er denn? so schön das ist ja mal schlecht ne jetzt müssen wir noch gucken wo wir gewesen sind ich glaube hier mach mal ein bisschen mehr es wird ja leichter jetzt ne also wir haben Dünner also so und dann müssen wir es nur noch aufladen jetzt geht's mit der kleine da den haben wir auch und ja hier wollte ich jetzt aber nicht rein hier ja wie komm ich denn jetzt da echt jetzt? muss ich da rückwärts raus oder was? ähm äh danke ja das ist ja hier vielleicht ein Kerl so ich glaube die restlichen ja gut das könnte man hier noch ein bisschen säbeln aber die anderen könnte man so reinknallen ne die knallen mal so rein ja müsste ja umgedreht sein hier ne so der ist leicht genug äh das können wir nicht halten na komm komm du kannst doch komm oh das war mir ein bisschen zu schwer ne ich glaube ich musste ein bisschen Spinat essen das könnte möglich sein dass wir ein bisschen Spinat brauchen ne müssen wir säen hier ne Spinat säen säen oh nachhören so so aber hält ne mein Ding hab ich ja nicht an oder? ne ist aus so was haben wir denn noch hier den können wir nicht halten weil weil wir den nicht abgesehen haben ja das können wir ändern so können wir nicht jetzt ja jetzt können wir nicht ne ne das müsste so die schwere Seite immer zum Trecker oder ja Richtung Trecker ne so schön ja ich oh ne nicht ganz ne gehen wir nicht noch ein bisschen runter hier ja da haben wir noch ein bisschen Platz wer will denn noch den können wir auch mitnehmen cool wir sind ja richtig stark Leute ne das liegt alles an dem Spinat ne wenn Chines wenn Chines Spinat postet ne dann sehen wir auch viel stärker ja da haben wir noch ein bisschen Platz hier können wir da noch einen mitnehmen ja geil guckst du das an hier schön so ja haben wir da noch einen hier vielleicht oh das ist aber viel zu klein du ich hab da keine Kindergartenbaumstämme bestellt so ich glaube wir können mal abbüßen wie dreh ich denn jetzt ja jetzt ist es zu steil hier da kann ich nicht runter da kann ich nicht rein so ich hoffe da komm ich wieder raus hier aber heute ist mit meinem Hals was los ne so ok das geht ja das passt machen wir ein bisschen Kohle hier guck mal das sieht doch geil aus ne das sieht doch süß ist das nicht süß oh warte mal wieder den Deckel vergessen zu zu machen fallen da auch noch Kinder rein machen wir zu wieder hier ne so Abmarsch so runter ins Dorf dann gibt er kein Dorf aber einfach immer runter fahren ne ja ich finde das gar nicht schlecht das hier alles ähm ne warte mal blinken ne blinken geht nicht ne trink mal einen mach ich doch schon ich trinke doch schon 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 ein energy drink ne man muss ja wach bleiben ich trinke wie läuft es denn bei dir so wie läuft es denn bei dir so muss ja wahrscheinlich auch umzocken ne oh oh bremset brems wir wollen ja hier nicht irgendwo hin wo wir nicht dürfen so den Häcksler müssen wir auch wieder mal ne wir brauchen ja Hackschnitzel für für Dings ne ja alles gut und selbst ja passt nur zu heiß wir haben gerade was war das jetzt 33 Grad draußen ne und hier drin ist auch nicht grad wärmer und das macht das Swim sehr amüsant ich schwitze wie ne Ochse deshalb trinke ich wie ein Held ja so wir sind ja bald unten ne aber wir können ja auch mal ein bisschen interessanter machen kriegen wir ein paar geilere Bilder rein hier jetzt wird es euch zu langweilig und mir auch also alter wir hatten hier den Ding gemacht hier ja unten der Zapf äh nicht der Zapf das Loch ein bisschen zu gross du ne oh 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 hey hey ich hab doch ja hab ich doch nicht oh bremsen gehen oder? ja bremsen ist gut so da gehen wir hier rein hier haben wir noch ähm Karotten nur leider hab ich die Karotten irgendwo schon verkauft und hab das vergessen dass da noch ein Feld war jetzt muss ich das irgendwie weg machen da unten noch naja ne so jetzt sind wir hier warte 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 das war da hinten ah nein nicht hier nicht hier das andere hier jetzt muss ich doch irgendwo hier r drücken ne verkaufen wie viel haben wir denn? 2000 oh shit das ist äh nicht so viel ne ich hätte mir da ein bisschen mehr erhofft ja oh je hab ich die ganze Arbeit für 2000 Mücken gemacht ja das ist wieder mal hier typisch ne viel Arbeit wenig Geld nicht schön so so gut ja wir müssen eigentlich noch Bäume aus dem Wald holen warte mal ich lass mal den Träger hier wir haben nämlich fast keine Zeit mehr so ah doch wir können schneiden komm wir schneiden das einfach raus muss der Cutter rausschneiden und das Cutter Cutter so so ich hab den Hänger gefunden gehabt äh auf ähm im Mod Hub aber ich find das irgendwie ein bisschen übertrieben hier ne meine die Reifen gehen ja aber ich find das auch ein bisschen übertrieben hier ne als seine Elefanten mit äh ziehen hier er ist ein bisschen heftig so Alter bis ich da oben bin ich stell da hin hier so keine Zeit hier für hier lange Scheißerei hier so Träger läuft Fiat ne passt ja wunderbar hier rein ich find den gar nicht schlecht ich find den cool wenn wir den jetzt am beim neuen LS auch bekommen und dann ich find das cool weil ich mag den ich bin zwar noch nie in echt gefahren mit dem aber ich find den irgendwie gut wo ist denn der die Anschaltung eigentlich hat der gar keine oder was äh äh das ist Standgas da oben oder oder ist das das Gas oder äh ist das Schalten da oben ist wie ein Name in Karma hier so wir müssen nämlich noch ein paar Bäume rausziehen hier unten die habe ich nämlich ähm extra da unten gelassen dass wir die noch rausziehen können weil macht nämlich Spaß hier da ein paar Bäume ziehen mit dem Seilchen wo ist er denn ja wo sind die denn hin jetzt ja gibt's ja nicht oder wo sind die Bäume hin jetzt da unten stehen weil ich ja guck mal hier hier unten sind sie so warte mal wir ziehen hier gleich mal den hier raus ja das geht ja geh weg giri ok so wie war das jetzt hier mit beim R befestigen dann haben wir hier noch ein ja da müssen wir dann auch noch rausziehen hier wir erstmal hier K drücken so Schild hoch und dann das ist nicht so gut ne ah das wird scheiße werden ich wollte nämlich den hier nebenan machen aber das wird mir den Tag vermiesen können wir abhängen Z abhängen oder? ja ah warte mal ich hab ne Idee cleverness warte mal wow 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 ich will da nicht runterfahren ja wo ist denn hier der Stamm hier den schieben wir einfach hier hoch oder das geht doch guck mal wie Profi ey ja gekonnt ist gekonnt so wo ist denn der andere jetzt hier hängen geblieben ich glaub der war hier oder? so rausziehen R und dann B und dann K ah ah ja ah ist herrlich ne ist das nicht schön hier ich find's cool dass wir das eingebaut haben ne das find ich schon recht recht geil so au 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 geht das können wir mal hier vielleicht alle mitnehmen dann ne das wäre geil R B das reicht doch geil so sehr schön sehr cool ah nicht zu schnell vorne hier ne wir haben drauf ui warte mal warte mal wir haben da was vergessen wo ist denn das das Ding jetzt hin warte mal ich muss mal gucken ja irgendwo ist doch was hängen geblieben da ne so ein Esschen oder sowas den können wir aber nicht verkaufen das geht nicht wofür müssen wir denn hin jetzt hier hoch da ey jetzt ist es weg ne oder ein kleines Esschen ist noch da aber das war der Förster der ist schuld irgendeiner muss schuld sein irgendeiner muss da schuld sein ne so ähm ja hier ist etwas blöd mit dem Holzen hier ne aber wir haben ja keine geraden Stellen irgendwo wo wir mal hier richtig scheiße dreck wo fahren wir denn jetzt hin hier können wir die hier lassen oder ich denke schon oder ich hoffe nicht dass die abhauen hier ne abgehängt wow oh alter ist das eng hier ne ist das eng hier warte so einmal rückwärts hier mal schieben ja das ist gut so dann haben wir das hier oben ne dann ist gut das muss jetzt ein bisschen trocknen hier ne so youtube ich sage vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal Bye Bye bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal